Was habe ich hier besiehen? Wusste ich doch, dass ich irgendwie einen zweiten Knoter gebrauche. Jawohl. Sehr guter Le. Ab gehts nach unten. Hm. 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 Okay. Das gehen wir doch auf. Spreng. Spreng. Was haben wir denn da? Fleur ist die Aufgabe. Okay. Dafür brauchen wir wieder eine Mine. Schauen wir erstmal die ganze Stats ein. Achso. Ja, natürlich. Ich mach die Fenster sauber. Ich bin nur hier um zu putzen. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier. Kannst du ahne, dass ich jetzt Wasser geklaut habe? Hä? Und warum fährt da jetzt ein Zug? walker Ah, ah ah. Wir haben ein Level abgeschlossen und haben sich durch Diggory freigeschalten und Fleur. Und dann sind wir in zwei Hauswappen. Die Wache Zauber sind wir trotzdem nicht. 65. Wir setzen die Geschichte fort. Jetzt sind wir dann bei der Sea-Aufgabe, ne? Dafür müssen wir da hoch. Wir müssen dafür einmal mit Neville quatschen. Weil der weiß bestimmt was zu tun ist. Da wäre jetzt auch den ganzen Tag nichts besseres zu tun, ne? Ich krieg langsam Hunger. Tatsächlich. Warte, muss ich zu Hagrid? Muss ich da lang? Kommt Nick hier lang? Jo. Wie kommt hier lang? Ich muss da lang. Okay. Vielleicht bin ich ja... Vielleicht ist das schon meine Sea-Aufgabe. What? Okay. Anscheinend treffe ich Neville da unten. Alles klar. Ich bin zu genau. Glaube ich. Warte. Hab ich den jetzt gerettet? Ich hab den doch voll gerettet jetzt. Ich kann jetzt mal voll gefährlich, was er gemacht hat. Jo, alles einsammeln. Mensch, warum ziehe ich denn so scheiße mit dem? Ja, es ist Redukto. Okay, da wird sich noch ein- So, einmal hier. So, einmal hier noch einschalten und einmal hier noch einschalten. Oofa, leh, was ist denn hier passiert? Ein Riesenfrosch Zwei Riesenfrosche Okay Uiuiuiui Okay Wie Hermine sich auf dem Bücken treibend ist Kann sein, dass es da ein Schüler in Not ist Okay, da geht es nicht mehr weiter Okay, dann gehen wir mal da die Leite hoch Weil da hängen auch noch ganz viele Stats So Das ist so sinnlos Okay, ich muss da wieder hoch Ich kriege halt sowieso keine Stats davon Das ist totaler Bullshit Der da hinten weiß auch nicht, was er mit sich anfangen soll Wie sollen wir denn da hochkommen? So natürlich Okay Ich hab doch den Ding getroffen Hupala Hupala Ach, jetzt holen wir den Schüler von da runter Alles klar Ja Hab ich gerne gemacht Dürftig Ach so, speichert Danke Run Smoking Das war gar nicht so geplant Alles wieder kaputt machen Alles wieder ins Wasser Das ist so sinnlos Das fällt halt auch alles ins Wasser Oh, Spiel Warum haben wir hier eigentlich einen Zaubertrank Der einen stark macht Huch Was ist freigeschalten? Alles klar Speier, du da Ich nehme ihn einfach mal Keine Ahnung Für was wir ihn brauchen Ach Vieh-Saft-Trank Äh Kuchen verlassen Dieses Vieh-Saft Ach stimmt Das ist ein goldener Kessel Ich vergaß Was ist kein Kind Wie ist es? Was ist das? Okay, der schwarze See ist jetzt irgendwie nicht so vertrauens. Wie komme ich denn wieder? So, okay. Ich kann nur hoch, runter. Alles klar. Ich kann lediglich hoch, runter. Ich kann bitte vorbei hier. Umrum. Obenrum. Obenrum. Nee. Nicht obenrum. Da rein. Ah. Hat ein bisschen was von Mario jetzt, ne? Geh weg. Mann, ey. Auwa. Menschenskinder. Bist ja alle hinter mir her sind. Oh, nee. Bleh. Kann ich hier unten nicht zaubern? Wo ist eigentlich Cedric? Wo ist eigentlich Cedric? War blöd gefragt. Was macht denn jetzt weg? Und dann kommt er wieder. Ich hab halt das Gefühl, dass ich Cedric mit dabei haben muss. Guten Tag. Aber der kommt halt nicht. Wo steckt der denn jetzt fest? Oh no lol. Oh no, Cedric, ey. Das ist dein wahrer Schwachmat. Ah lol. Äh, warte mal. Ich kann die kaputt machen. Okay. Wie wär's, wenn du nicht Harry triffst? Oh, gut. Er trifft weiter an Harry. Ah. So, und bin ich jetzt hier drüben. Und er kann doch auch. So, Harry macht's hier bitte einmal. Danke. Okay. Äh. Weiter geht's. Selbstverständlich mit Harry. Entschuldigung. Panikreaktion. Alter, Harry. Ich, ich schwimme einfach weiter. Ah ne, wir müssen hier Aufgaben machen. Ah. Und hier. Ah, Fischi. Okay. Wir schwimmen von alleine schon direkt weiter. Das ist sehr praktisch. So, hoch. So, hoch. Hoch. Rüber. Okay, hier geht's weiter. Okay, wenn ich oben bin, ist der Harry unten. So, jetzt komme ich hier vorbei. Nein, 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 nein. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Oh mein Gott, das ist, oh mein Gott, das ist abgestürzt. Harry Potter, du machst mich fertig. Okay. Ähm. Ja, ich hab gesagt, ich spiel's heute durch. Aber ich habe Hunger. Und es ist gerade so perfekt passend abgestürzt. Deswegen. Ja. Mach ich beim nächsten Mal weiter. Und. Wir sehen uns auf eurer nächste Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.